Delfine, berühmt für ihren exzellenten Orientierungssinn. Doch einer dieser Meeressäuger ist wohl etwas übermotiviert bei seiner Performance für Touristen. Und zack, ist der Springspaß auch schon wieder vorbei. Und weil es so dramatisch war, das Ganze noch einmal in Zeitlupe. Die Delfinpolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Meeresverkehr. Und die Moral von der Geschichte, ein kluger Flipper ist das nicht.